Die Mainzer behaupten hier ein guter Gutenberg, wie ein echter Mainzer. Und das Wort stimmt nicht, sondern Johann Gänsefleisch, wie es ursprünglich heißt, kommt nicht aus Mainz, sondern von Niederholmen, linker Seite, das ist ein kleiner Stoff, das heißt Sörgenloch, dort ist Gutenberg geboren. Ist das wahr? Ja. Das schockt aber doch die Mainzer, oder? Ja. Das schockt doch die Mainzer. Ja, das sag ich die Wahrheit. Allergut. Das haben wir schon in der Geschichte bei uns, bei unserem Geschichtslehrer in Mommenheim gelernt. Gut, so sei es. Und wenn du nach Sörgenloch fährst, das ist bei Niederholmen, und fragst alte Sörgenlocher, die versagen dasselbe, was ich auch sag, die sagen sogar, in welcher Straße Gutenberg geboren ist. Also, danke. Wieder erst gelernt, ge? Jo. 100,000, ge?